Die Hochebene des norwegischen Dovrefjells ist bedeckt mit Rentiermoos, Gräsern und Zwergweiden. Der Blick mag täuschen, aber zu den nächsten Verwandten der Moschusochsen zählt man Schafe und Gänse. Moschusochsenwolle ist achtmal wärmer als Schafwolle. Im Sommer verlieren sie diese schützende Wollschicht. Sie hängt dann lappenartig von ihrem Rücken herunter. Die vielen Hochmoore und feuchten Grasflächen sind auch Heimat des hier häufig anzutreffenden Goldregenpfeifers. Auch das Moorschneehuhn ist hier nicht selten, wenngleich es eine viel heimlichere und verstecktere Lebensweise führt. Die jungen Kelber fühlen sich in der Nähe ihrer Mutter sicher und können mehrere Jahre unter ihrer Erbruch bleiben. Die bis zu 300 Kilogramm schweren Kühe haben in dem entwegsamen Gelände Schwierigkeiten ihren Lungen zu folgen. Dawson Dumpen Dammit Der Gewöhn Dumpen 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 Den Dumpen Dumpen Untertitelung des ZDF, 2020